Sauron wird erfahren, dass der Ring in den Händen eines Halblings ist. Doch das Schicksal hat uns vier Hobbits geschenkt. Und er weiß nicht, welcher von ihnen den Ring trägt. Dies ist der Köder für meine Falle. Verstehst du denn nicht? Der Feind denkt, du hast den Ring. Er ist hier, um dich zu holen. Ein großer Krieg wird kommen. Und Rohan wird Gondor von Norden her zu Hilfe eilen. Unbehelligt vom geläuterten Isugard. Aragorn muss in die Dunkelheit hinabsteigen, um eine Armee in die Weiße Stadt zu führen, die selbst Sauron fürchtet. Auch Pippin und ich eilen nach Minas Tirith, denn die Stadt ist der Amboss, auf dem wir Saurons Horden schlagen müssen. Um Zeit zu gewinnen. Ich habe von diesem Aragorn gehört. Er soll Arathorns Sohn sein. Aber ich sage dir etwas. Ich werde mich einem Waldläufer aus dem Norden nicht beugen. Gibt es noch Hoffnung, Gandalf? Für Frodo und Sam? Es gab nie viel Hoffnung. Nur die Hoffnung eines Lachen. Vor diesen mächtigen Mauern wird sich das Schicksal unserer Welt entscheiden. Und damit wieder mal herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und das fängt natürlich wieder richtig schön an, so wie es in der letzten Folge aufgehört hat. Und zwar mit einem Lag. Naja, ich hoffe, das fängt sich jetzt. Wir sehen, die Horden der Orks stürmen auf Minas Tiere zu. Und, oh Gott, da kommen sie auch schon. Oh, diese Anzeige. Die verrät uns, wo diese Leitern an die Mauer angelehnt werden. Immer da, wo die roten Punkte sind bis vorhin. Und da sieht man ja auch schon die Leiter. Aber, ich glaube, das ist mittlerweile Part 8. Das weiß ich eigentlich nie so genau. Und der letzte Part wäre auch fast zu zwei Parts geworden. Also ich hätte fast gesplittet. Weil der so lang war. Der dauerte, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Also, ja. Das ist das längste Video, was ich bisher hier hochgeladen habe auf meinem Kanal. Aber, naja, was soll's. Ich glaube, euch stört das jetzt nicht so. Also, ich erfreut euch ja eher, wenn es längere Videos gibt, denke ich mal. Gut. Wo kommt die nächste Leiter? Hier ist ja erstmal keine Leiter, glücklicherweise. Jetzt kommen hier eh wieder Orks. Naja. Ja, die kommen ja irgendwie immer. Und, ach, da oben ist wieder eine Leiter. Okay, ich würde sagen, da laufen wir mal schnell hin. Sonst werden ja die Orks hier noch die Mauer erklimmen. Und, ja, komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Ach, verdammt. Scheiß Haken. Die Leiter werfen wir auch mal schnell um. Oh, ja, 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 ja. Genau, hier so eine hinterhältige Taktik. Ich möchte hier einfach so überraschen hier. So angesprungen kommen. Ja, ja. Der kleine Orks. Ja, komm mal. Ach, okay. Könnt ihr denn hier nicht mal die Leiter selber umwerfen? Was soll ich das mal gemacht? Ich glaube, ohne mich werden jetzt nicht erledigt. Verdammt, verdammt. Spezialfähigkeit aktiviert. Bäm. Kutz ist. Hey, das ist ja echt genial, diese Fähigkeit. Ich liebe die. Das ist echt, äh, also die Fähigkeit ist verdammt praktisch. So, die Leiter ist auch wieder um. Ach, da kommen jetzt auch wieder Leitern. Boah, wir werden hier auch ganz schön beschossen, meine liebe Freunde. Also, das geht hier schon ganz schön zur Sache, würde ich so sagen. Die Stadt ist auch schon was kaputt. Leider kann ich ja wie immer die Kamera hier nicht drehen. Ich würde sonst gerne mal ins Innere der Stadt blicken. Aber, ich meine, man sieht schon hier diese verdammt große Armee, diese hordende Orks. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, kann man das Südtor vielleicht sehen? Ich weiß es nicht. Das habe ich eigentlich noch nie überachtet. Aber eigentlich müsst ihr ja da hinten irgendwo das Südtor sein auch. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Richtung hier Süden ist. Ich habe ja keinen Kompass geachtet, aber auch sehr eine Leiter. Aber, ja, dort sind dann ja noch Gimli, Legolas und Aragorn. Oh Gott, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Die Belagerungstürme kommen. Ja, der sieht mal aus, als wenn der ein bisschen zu viel Zeit bei McDonalds verbracht hat. Also, liebe Kinder, seid nicht so oft bei McDonalds, sonst endet ihr genau wie dieser Typ da. Oh Mann. Ach Mist. Kacke, ich muss die Leiter umwerfen. Und der Turm dort hinten, der muss weg. Da sind wir echt aufgeschmissen. Ah ja, weil ich Atapult anscheinend. Ja, das stimmt schon, Gandal. Feuer! Wir müssen die Türme niederbrennen. Jetzt schießt doch mal. Ladet mal schneller nach hier. Stella. Wir haben keine Zeit mehr. Hier. Müsst ihr jetzt eigentlich... Yo. Das war ein guter Treffer, Jungs. Das habt ihr gut gemacht. Beim nächsten Mal gebe ich euch ein Bier aus. So. Wenn dann... Ey, könnt ihr denn hier nicht mal die Stellung halten? Ich muss unbedingt einen Leiter umwerfen, ey. Verdammte Kacke. Und da hinten ist auch wieder ein Turm. Oh nein. Verdammte Scheiße. Dann stellen wir uns mal hier hin. Und vielleicht... Weil ich glaube, mit dem Katapult kommen wir dann nicht weit. Das leuchtet ja auch nicht mehr blau. Vielleicht können wir den ja so abschießen. Und... Genau. Voll die geniale Betonung. So, aber jetzt... Jetzt geht's dir an den Klagen. Brenne. Geht doch. Oh, noch einen Schuss. Sauron, komm her. Ach, das hört mich immer so ein bisschen Star Wars. Bisschen beräuschert. Als wenn man so... Mit Gun-Up so ein Lasergewehr hätte. Ach du Scheiße. Was geht da hinten bloß ab? Alter, das ist doch... Ey, meine Güte. Oh, Gott sei Dank. Wir müssen ja schnell auf den... Turm wieder, um das Katapult zu bedienen. Lass mich doch mal durch, mein Freund. Oder willst du hier Türsteher... Äh, Türsteher. Ja, Tür... Ach, stimmt doch. Ach, verdammt. Oh, Nassgul. Ich glaube, den schießen wir besser ab. Ah, stirb. Okay, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Naja. Aber sonst hätte er vielleicht noch unser Katapult zerstört. Und das brauchen wir noch in den Turm. Oh, der hat auch ein bisschen Schade. Vielleicht kann man den ja auch noch töten. Hat ja auch Lebensfall, schließlich. Oh, nein. Da hinten ist wieder ein Turm. Oh, nein. Shit. Ich glaube, der ist angekommen. Na, komm, ich bin schon fort. Oh, nein. Und da liegt ja auch noch der Turm. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Also, ich meine, hier ist doch alles verschüttet, ne? Ja. Kommt man ab. Halte die Mauern, solange ihr könnt. Ja, ja. Man kommt hier anscheinend noch hoch. Hier haben wir noch einen Heiltrank. Den können wir uns natürlich mal eisverleiben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Können wir auf den Nassgul schießen? Kann das irgendwie hin? Ich glaube, ich sollte aber doch lieber nach unten gehen. Da kommen nämlich wieder neue Leitern. Ach so. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss schweilen. Oh, 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 oh. Der Kreis wird immer roter. Äh, roter, roter. Verdammte Kacke. Ich glaube, man kann in Nassgul auch auftüren. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht früher. Das brachte auch ordentlich Erfahrung, aber das hat ziemlich lang gedauert. Oh, wir können hier anders machen. Ach so. Ja. Gandalf klettert jetzt einfach mal. Da unten sind zwei Orks und die könnten ihn jetzt auch jederzeit hier abschießen lassen. Ist aber so egal. Gandalf ist einfach hier... Der kann das. Und hier können wir anscheinend auch hoch... Ja, ist doch Knorke, ne? Ey, Level ab. Gute Sache. Ich habe mir hier die Leiter umgeworfen. Hier haben wir auch noch eine. Oh, schnell, bevor der Typ hochkommt. Oh, verdammt. Ich wollte schon wieder... Oh, fuck, sagen. Ja, ja. Oh, Gott. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. So, jetzt... Jetzt komme ich nochmal zu sprechen, meine lieben Freunde. Oh mein Gott, das hat es jetzt übertrieben gebracht. Hey! Und einige perfekt sogar. Das ist ja geil gewesen. Wie viele waren das? 10? 15? Oh, was geht jetzt ab? Ach, die McDonalds-Besucher. Was haben die denn vor? Oh. Ich glaube, das ist dieser Rambog. Wie heißt der noch? Ach, verdammte Kacke. Äh, der hatte doch so einen speziellen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Äh. Was ist denn der Tor, wir sind zu sparen? Das ist ja nicht Glau... Ne, Glau-Dron war doch der Dracht. Ne, das war Smau. Jetzt bin ich für sehr viel schon die... Hobbit mit Herr der Ringe durcheinander. Ähm. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der jetzt... Oh Gott. Aber der hat auf jeden Fall einen Namen. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, äh... Wenn es einer von euch weiß, dann... Fände ich es gut, wenn er das jetzt schreiben würde. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was ist denn der Rambog noch? Der hatte doch so einen speziellen Namen. Ich... Ich rede hier über... Äh... Den Namen eines Rambogs, während ich die ganze Welt untergehe. Ich bin auch ein bisschen verrückt, glaube ich. Aber naja, nur ein bisschen. Oh, die Anzeige ist übrigens auch weg. Fällt mir gerade auf. Aber trotzdem kommen hier noch Leitern. Die werfen wir aber trotzdem mal um. Moment, bevor ich jetzt hier... Weitergehe. Hier kommt man bestimmt noch los, oder? Ich meine, dass man... Hier oben noch irgendwas Nettes gefunden hat. Ja, ich hab das Spiel wirklich gesuchtet. Aber so langsam weiß das jeder. Yo, genau, sowas in der Art war das. Oh ja, das hat es jetzt gebracht. Wie viel Erfahrung an die... 8.000, 7.000... Ich glaube, 8.000 waren es aber. Also, das war jetzt echt gut. So, die sind aufgeschicht. Und jetzt geht es hier mal runter. Halt mit mir! Leit mir eure Schwerter! Ah ja, hier sind noch ein paar Gondorianer. Jo, wir müssen uns bein. Wir müssen zum Tor, Jungs. Kommt! Schneller! Oh, fuck. Jetzt hab ich's schon wieder gesagt. Naja, man fällt immer wieder in die alte Rolle zurück. Haltet das Tor! Und Gandalf steht da so voll cool als einziger. Alle anderen sterben und er steht da einfach mit seinem Stab und... Ach, das ist einfach episch. Er steht da in einem... Ja, ist das nochmal. Feld von Toten, wie auch immer. Feld von Leichen. So, und das gute alte Ladesymbol. Der eine Ring. Ein Ring sie zu knechten oder ein Spiel sie zu knechten. Aber den Spruch habe ich schon mal gebracht. So, ich glaub, das machen wir mal so. Zack, zack, zack. Das waren sogar 13 Perfekte. Das ist ja echt cool. So, ja. 32.800 Erfahrungen erhalten. Das war nicht schlecht. Ah, was haben wir denn hier noch so? Ich schau jetzt mal, was wir schon haben und was noch nicht. Okay, hier haben wir alles. Also für die Gemeinschaft könnte man noch was kaufen. Aber... Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mit diesem Angriff kannst du Gegner mit Schilden ausschauen. Wie ging die nochmal? Aha. Rechte Maustaste, linke, linke, rechte Maustaste. Ja gut, ich bin ja eher einer, der einfach draufkloppt und dann wird das schon irgendwie... Dieses magische Geschoss steckt Gegner in Brand. Voraussetzung Licht des Pilgers. Ja, das haben wir ja. 500, ja, komm. Haben wir ja dafür noch was Geld. Wir haben ja eh Level 6 nur. Wann kommt denn nochmal was wegen... Genau, hier das. Macht des Magis haben wir aber schon. Das hätte ich mich gern noch so ein Level dafür, ein Level ab. Äh, Flamme von Udun. Wie macht man das eigentlich? Muss man dann rechte Maustaste gedrückt halten oder was? Das... Das weiß ich gar nicht, wie das mir ging. Hm. Das muss ich aber noch herausfinden. Das sieht sehr, äh, cool aus. So, Schildspalter. Könnte man auch noch für die Gemeinschaft kaufen. Zerschmettere den Schildern des Gegners und schlage erneut zu. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Komm. Jetzt habe ich noch 223 Erfahrungspunkte. Ja. Bist du mit dem Einkauf fertig? Jo, bin ich. Ja, komm, speichern wir das mal. Kank aus Slauer war beim letzten Mal. Jetzt haben wir das Südtor hier, aber das überspeichern wir mal. Wieso steht da eigentlich Coop? Ich spiele doch gar nicht im Coop. Ich verstehe das nicht. Naja. Man muss die Logik des Spiels nicht immer verstehen. Und wieder mal die Hall of Missions oder wie auch immer. Die Halle der... Der Abenteurer, der Legendären. Wie auch immer. So, Minas Tirit auf der Mauer wäre abgeschlossen. Interview mit Ian McKellen. Ja, gut. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist der Gandalf-Schauspieler. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube aber, Ian McKellen ist doch der Gandalf-Schauspieler. Naja. Minas Tirit Innenhof. Ja. Ich denke mal, das machen wir dann doch direkt als nächstes. Das passt jetzt einfach so. Oder? Ja, doch. Das passt einfach am besten. So gesehen. Und ja. Gut. Dann bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Ciao.